Geil, oder? In Deutschland gefahren wir mit einem Darmstadt rein, oder? Ja, mehr auch, da können wir ein bisschen Eindruck schenzen, oder? Mit Autofähnchen an jeder Tür oder an der Hexer. So elendig, ey! Und Timo, wie gefällt's dir? Äh? Wie gefällt's dir? Noch nicht! Noch nicht, dieser Freak, ey! Nee, ich will! Genau! Total, gell? Das Ding, das geht kaputt! Das muss kaputtieren, das geht doch gar nicht anders! Hört doch kein Auto aus! Schau mal vor, auf einmal hat er dann am Tremlap 155 db oder sowas durchs Rappeln, ey! Stell mal, Tremlap 8000 Hertz hoch, dann könnte ich stoppen! Ja, bald nemm, Tremlap 9000 Hertz. Nur dois. Pennt. Ja. Puff!